... oder sowas, ist endlich abgewählt worden und ist endlich zurück... Der Sohn hat das sehr gut. Also ja, hat das hier selber erzählt. Ja, ja. Und dann war noch eine Kleinigkeit, ich glaube, in Amerika ist Obama gewählt worden. Genau. Ja? Richtig. War das schon oder kommt es noch? Es kommt noch. Ja, hallo, hier ist die Michelle. Hallo Michelle. Aber mein Freund, der nennt mich immer Michael. Das ist nämlich der Steven Pruditsch aus der Fulda. Ja, der rastet hier gerade aus neben mir aus der Fulda-Tal. Straße 183 aus Kassel. Weißt du, weißt du, das ist der, der so gerne Sailor Moon guckt. Und ja, ich wollte ihn halt ganz schön... Jetzt reicht's aber, jetzt ist aber gut, Jungs. Ey, Leute, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, SalmonenTV. Schaltet unbedingt wieder ein, wenn Russen-Alex... Und Max, the motherfucking hardcore für euch wieder, wenn sie bitte in die Luft sprengen. Richtig, wir sind wieder in 22 Uhr live. Schönes Wochenende für euch, alles Gute für euch. Ja, warte, warte, warte. Ja, ja, wir warten auf dich. Ihr wisst doch noch dran. Ja, Kollege, ich bin's, der Pups-Knoten. Ich wollte den Hansi und den Klausi nochmal grüßen und wollte nochmal sagen, ich heiße euch bald... Astori, er macht gewaltig und tschüss. Ja, bitte. Ey, yo. Hi. Ey, yo, hier ist Jack. Hi, respect. Stack? Mr. Jack, hi, 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 ich hab einen Witz vor euch. Ja, sag mal. Ey, eure Mastdärme werden reißen, wenn ihr so lacht, Alter. Ja, erzähl. Okay, ich erzähl jetzt den krassesten Witz aller Zeiten. Ach, mach, die Sendung ist fast vorbei. Wie nennt man das, wenn Belau fickt? Weiß man nicht. Alkopop. Sehr, sehr gut. Alkopop. Hallo? Ja, bitte. Hier ist Viktor B. aus Z. Hi, Viktor B. aus Z, als Senkrecht. Ich hab euch im Fernsehen gesehen, hier D-Marx und eure scharfen Silvester-Videos und alles. Du bist doch ständig im Fernsehen, das weißt du doch. Respekt übrigens erstmal. Und wollte ich mal fragen, wann sprengt dann diesen orangenen BSR-Wagen mal in die Luft? In diesem Jahr. Auf jeden Fall in diesem Jahr. Wir sammeln ja schon Sprengstoff. Genau. Das heißt, alles, was ihr irgendwie noch opfern könnt an Sprengstoff, bringt ihr bitte Wolterschlasse 5. Wo liegt dann auf? Ich weiß nicht. Wir sagen Tschüss. 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 Vielen Dank.